Heute berichte ich dir mal von meiner Odyssee, die ich erlebt habe beim Schreiben von Implementation-Tests im Symfony-Framework. Falls du vielleicht ein erfahrener Symfony-Developer bist, der auch da Implementation-Tests schreibt, schreib mir doch mal in die Kommentare rein, ob ich das auch richtig gemacht habe und ob ich das auch richtig umgesetzt habe oder ob ich irgendwo falsche Annahmen getroffen habe, weshalb das Ganze dann so ausgeartet ist. Würde mich riesig darüber freuen. Hi, wenn du neu hier bist, mein Name ist Vitali und ich arbeite seit über 10 Jahren als PHP-Entwickler. Zurzeit arbeite ich an meinem eigenen Browser-Game und das hier ist die Dokumentation dazu. Gehen wir aber mal kurz zurück. Ich habe ja vor einigen Videos ursprünglich mal einen Quellcode aufgebaut, wo ich dann eben meine Unites geschrieben habe und dadurch sind einige Interfaces entstanden. Nun heißt es, diese Interfaces müssen jetzt im Framework implementiert werden mit Implementation-Tests. Kurze Erläuterung für diejenigen, die nicht wissen, was Implementation-Tests sind. Wenn du einen Unit-Test schreibst, schreibst du den normalerweise nicht gegen eine richtige Datenbank, sondern du tust so mit einem Fake- oder einer Mock-Klasse. Du tust so, als ob du Daten aus der Datenbank auslesen würdest und dann mit diesen gefakten Daten arbeitest du eben weiter und du tust halt eben einfach nur so. Und dadurch hast du ja dann irgendwann deine Interfaces und diese Interfaces, die kannst du dann gegen deine richtige Datenbank anschließend dann eben richtig testen. Du kannst halt also eine richtige Klasse erstellen, die eben dieses Interface implementiert und die arbeitet dann mit der richtigen Datenbank. Und das sind dann Implementation-Tests, also einzelne Tests, die mit konkreten Services oder Schnittstellen arbeiten. Also es muss ja nicht immer Datenbank sein, es kann ja auch zum Beispiel eine externe API sein. Also sobald du mit richtigen Sachen arbeitest, hast du dann eben einen Implementation-Test. Beim Testen gibt es eine sogenannte Test-Pyramide und die ist ja so aufgebaut, dass du unten ganz viele Unit-Tests hast. Deswegen ist ja der Boden ein bisschen breiter aufgebaut und oben drüber hast du auch deine Implementation-Tests und ganz oben hast du deine E2E-Tests. Und die Pyramide zeigt auch visuell die Anzahl, verhältnismäßig die Anzahl der Tests. Also sprich, du kannst dir das Ganze auch so vorstellen, dass du ganz, ganz viele Unit-Tests hast. Das ist deine Grundbasis, dann hast du ein paar weniger Implementation-Tests und dann hast du nur ein paar End-to-End-Tests oben als Spitze auf der Pyramide. In der Clean-Code-Architektur ist das so, dass deine Kernlogik hauptsächlich mit Unit-Tests abgedeckt wird, also zu 99%. Und alles weitere oben drüber, die ganzen Implementation- und E2E-Tests, die finden im Framework statt. Das heißt, die kann man halt nur im Framework entwickeln. Und somit kannst du dann auch wirklich halt testen, ob dein Kern mit dem ersetzten oder neu eingesetzten Framework dann auch funktioniert. So, und jetzt kommen wir zum Symfony-Framework. Das Symfony-Framework nutzt ja für die Datenbank-Engine Doctrine. Doctrine ist auch eigentlich eine Library, die kannst du auch unabhängig von Symfony verwenden, aber die ist halt in Symfony eingebaut. Und du hast mehrere Möglichkeiten, wie du deine Tests in Symfony umsetzt. Dazu gibt es eine Dokumentation, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Prinzipiell sieht ein Implementation-Test in Doctrine so aus. Du erstellst als allererstes eine Test-Datenbank, dann startest du den Kernel in deinem Test, dann holst du dir dein Repository aus dem Dependency Injection Container und dann kannst du auf dem Repository eben deine Methoden aufrufen, um die Daten aus der Datenbank auszulesen und darauf dann deine Assertion auf einzelne Felder oder auf die Entities zu setzen. Und im Grunde sehen die ganzen Implementation-Tests auch bei anderen Frameworks ziemlich ähnlich aus. Das Einzige, was ich unterscheiden kann, ist, wie kommen diese Daten in die Datenbank hinein und wer räumt sie dann auch auf? Wieso jetzt aufräumen? Du könntest ja vielleicht irgendwelche Tests haben, die Daten in die Datenbank eintragen und dann ein weiterer Test, der eventuell zufällig die gleichen Daten auch aus der Datenbank liest und dadurch könntest du deine Tests verfälschen. Das heißt, du musst eigentlich nach jedem Test deine Datenbank in dem gleichen Zustand wiederherstellen, wie es am Anfang war. Und dafür gibt es sogar zum Beispiel in Doctrine eine Erweiterung für PHP-Unit. Du kannst nämlich mit einer Erweiterung dort die Transactions von Doctrine aktivieren. Falls du nicht weißt, was Transactions sind, du kannst eine Datenbank so ansteuern, dass du eine Transaktion startest, dann SQL-Befehle darauf ausführst und dann so tust, als ob du wirklich Daten in die Datenbank abspeicherst und dann anschließend kannst du ein Rollback ausführen und alles, was vorher in dieser Transaction eingetragen wurde, das Ganze wird dann wieder gelöscht aus der Datenbank. Normalerweise wird das halt verwendet, wenn du Datensätze abhängig voneinander in die Datenbank eintragen möchtest. Sagen wir, du trägst als allererstes Lieferadressen ein und die Lieferadressen gehören zu einem Kunden und wenn du die Lieferadresse eingetragen hast und der Kunde aber beim Speichern irgendwelche Probleme hatte, dann wirst du dir die Lieferadresse, die du vorher eingetragen hast, auch wieder entfernen und für solche Zwecke verwendet man Transaktionen. Und Transaktionen kannst du auch wunderbar halt auch für Tests benutzen. Du kannst am Anfang so tun, als ob du Daten in die Datenbank reinschreibst, damit dann arbeiten und dann anschließend sagen, ja okay, nach dem Test machst du ein Rollback. Und für diesen ganzen Prozess gibt es eine PHP-Unit-Erweiterung von Doctrine. Allerdings empfiehlt Symphonie, das Ganze eher ein wenig anders zu machen und zwar mit sogenannten Fixtures. Ein Fixture kannst du dir vorstellen wie eine Klasse, die deine Datenbank mit verschiedenen Datensätzen vorab befüllt und dann kannst du deine Tests einfach ausführen, weil du weißt, okay, in meiner Datenbank befinden sich folgende Inhalte und ich kann gezielt diese Inhalte versuchen aus der Datenbank zu finden oder eben nicht zu finden. Und ein Fixture ist einfach nur eine Klasse. In dieser Klasse erzeugst du eben deine Entities und die Entities übergibst du an deinen Entity-Manager von Doctrine und der speichert das Ganze in die Datenbank weg. Ich muss also meine Building-Fixture als allererstes generieren. Dazu gibt es ein Maker-Bundle. Den Maker-Bundle muss ich vorher über Composer installieren und dann kann ich dann die Fixtures generieren. Und in die Fixture-Klasse kann ich jetzt meine Entities auflisten. Die Entities, die hatte ich ja bereits in meinen allerersten Videos bereits erstellt. Mein Gebäude ist ja eine Entity. Ich kann jetzt hier eine Entity erstellen. Ich könnte das übergeben an den Entity-Manager, aber der wüsste jetzt nicht, was er damit anstellen soll, weil er das Entity nicht kennt. Er weiß nicht, wie er das Ganze in die Datenbank abspeichert. Und mein nächstes Ziel wäre also, Doctrine beizubringen, wie es mein Gebäude in die Datenbank hinterlegen kann. Wie machst du das? In Doctrine gibt es dafür drei unterschiedliche Wege. Der erste Weg wäre über Attribute oder Annotations. Das kannst du dir im Grunde so vorstellen. Du hast eine Klasse, du definierst mit Attributen oder Kommentaren, also Annotations, welche Eigenschaft in deiner Klasse, wie in der Datenbank, in welcher Spalte das hinterlegt werden soll oder in welcher Tabelle. Da ich ja aber natürlich Framework unabhängig entwickle, wissen ja meine Entities nicht, dass die von Doctrine benutzt werden. Das heißt, ich darf nicht in meine Entity irgendwelche Dinge reinschreiben, die für Doctrine relevant wären. Weil wenn du zum Beispiel später das Projekt in Laravel umsetzen willst, da hast du ja eine andere Datenbank-Engine. Da kannst du ja auch nicht mit diesen Annotations arbeiten. Das heißt, dieser Weg fällt für mich schon mal komplett weg. Was für mich dann übrig bleibt, wäre dann eben eine Konfiguration via YAML-Datei oder XML-Datei. Ursprünglich wollte ich XML-Konfigurationen dann erzeugen. In der XML kannst du dann einstellen, in welcher Tabelle und in welcher Spalte sollen einzelne Eigenschaften von der Klasse abgespeichert werden. Aber dann hätte ich so einen Mischmasch zwischen YAML- und XML-Files in meiner Konfiguration. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass ich YAML-Dateien benutze. Einfach nur, damit es einheitlich ist, weil die ganzen anderen Konfigurationen in meinem Symfony-Projekt wurden ja auch mit YAML umgesetzt. Wenn ich möchte, kann ich das später sowieso in XML ändern. So, damit also Doctrine weiß, wie es mein Entity in die Datenbank abspeichern soll, muss ich also ein YAML-File erstellen und dort das Ganze eintragen. Wie mache ich das am besten? Ich könnte das Ganze manuell machen. Da müsste ich dann eben durchlesen, wie funktioniert das mit den einzelnen Felderbezeichnungen und so weiter. Es gibt aber einen Weg, dank meinem Stream, habe ich das ja erfahren, dass ich anhand der Tabelle das Ganze erzeugen kann. Also sprich, Doctrine geht in die Datenbank hinein, schaut sich meine Datenbankkonstruktion, die Struktur der Datenbank-Tabelle an und erzeugt mir dann basierend anhand der Tabelle, erzeugt mir dann anschließend meine Konfiguration. Damit ich aber meine Datenbank-Tabelle anlegen kann, brauche ich dazu auch Migrations. Was sind Migrations? Migrations kannst du dir vorstellen wie eine Art Visionierung. Du hast eine PHP-Datei für verschiedene Versionen deiner Datenbank und pro Upgrade kannst du eben eintragen, was mit deiner Datenbank passieren soll. Du kannst da zum Beispiel neue Tabellen anlegen, Spalten editieren oder beim Downgrade eben die gerade angelegten Tabellen wieder entfernen. Und Doctrine merkt sich, okay, in welcher Version befindet sich deine aktuelle Datenbank und weißt dann, ob du jetzt eine neuere Version installieren musst oder eben nicht. Und du kannst auch eine Version zurückspulen. Und ich brauche also als allererstes meine Migration, um meine Tabellen anzulegen, damit ich dann aus diesen Tabellen meine Konfiguration für mein ORM generieren kann. Und das habe ich dann im ersten Schritt gemacht. Ich habe meine Migration erzeugt, ausgeführt und meine Datenbank-Tabellen wurden erzeugt. Und dann konnte ich jetzt einen Befehl ausführen, um eben aus meiner Datenbank-Tabellen wieder meine Konfigurationsdateien zu generieren. Allerdings hatte ich dabei ein Problem und zwar wurde jetzt für jede einzelne Tabelle eine neue YAML-Datei generiert. Das wollte ich gar nicht. Weil ich ja ein CMS benutze, habe ich bereits Tabellen, die eben für das CMS relevant sind. Für mich, für mein Spiel sind die halt völlig irrelevant und ich brauche dafür kein Mapping. Wie kann ich also dieses Problem lösen? Du kannst in Doctrine eine Konfiguration einstellen, dass du einen Filter einbaust. Und dieser Filter ignoriert alle Tabellen, die zum Beispiel einen folgenden Präfix nicht haben. Ich habe also gesagt, ignoriere mir mal alle Tabellen, die den Präfix OT haben. Und habe meine Tabelle umbenannt in OT-Building. Jetzt habe ich meinen Befehl ausgeführt und es wurde tatsächlich jetzt nur noch eine einzige YAML-Datei erzeugt. Und zwar die, die ich wollte. Allerdings hatte sie ein Problem. Und zwar, dass der Dateiname, dass der auch das OT enthalten hat. Und die Entity da drin, die definiert wurde in der YAML-Datei, die hatte auch das OT. Also der Präfix war drin. Und jetzt hatte ich halt das Problem, so funktioniert das Mapping nicht. Ich muss dieses OT wegnehmen. Ich brauche das halt nur für das Filtern, aber ich brauche das nicht im Code. Wie löst man jetzt also dieses Problem? Ich habe also als nächstes angefangen zu googeln nach Table-Präfix für Doctrine. Und tatsächlich gab es einen Bereich in der Doctrine-Dokumentation, wo definiert wurde, wie man Tabellenpräfixe erstellen kann. Den Link dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und diese Lösung habe ich dann ein wenig abgewandelt und habe davon dann die Metadaten von der Klasse verändert. Weil ich im Quellcode debugged habe und habe nachgeschaut, dass wenn dieser Befehl, um die ORMs zu generieren, ausgeführt wird, dass da der Name von Metadaten benutzt wird für den Dateinamen und den Entity-Namen. Das heißt, ich musste den irgendwie manipulieren. Und das konnte ich halt nur so machen, indem ich mir den richtigen Tabellennamen auslese und aus diesem Tabellennamen eben meinen Entity-Namen erzeuge. Und zwar, indem ich das OT-Unterstrich wegnehme und vorne das Ganze mit einem größeren Buchstaben schreibe. Wahrscheinlich werde ich das später ableiten müssen, wenn ich dann mehrere Wörter in einer Datenbank-Tabelle habe. Das sehe ich aber dann später genauer. Ich finde aber, es ist auch nicht der schönste Weg gewesen, weil ich musste hier eine Public-Eigenschaft-Name überschreiben. Vielleicht, wenn du ja Symphony-Developer bist und auch ähnliches Problem schon mal hattest und vielleicht eine bessere Lösung kennst, dann schreib sie mir doch mal bitte in die Kommentare. Ich würde gerne mal eine bessere Lösung dazu sehen, weil mir ist jetzt zurzeit keine bessere Lösung aufgefallen. Ich habe keine bessere Lösung gefunden. So, ich könnte also mit einer Migration meine Datenbank-Tabellen erzeugen und dann mit einem Befehl wieder aus der Datenbank meine ORM-Mappings generieren. Allerdings kam schon wieder das nächste Problem und zwar Enums. Irgendwie wurde mir gesagt, dass die neueste Version von Doctrine Enums unterstützt. Bei mir hat das irgendwie nicht funktioniert in der Kombination mit MariaDB, was auf meinem DDEV installiert war. Und da musste ich jetzt auch dann rum experimentieren und ich bin dann letztendlich zu dem Punkt angekommen, dass ich einen eigenen Datenbank-Typen definiert habe für das Enum-Baustatus vom Gebäude. Und das Ganze habe ich dann eben im Symphonie registriert als ein neuer Typ in der Konfiguration. Und ich denke mal, ich werde das anschließen dann für alle weiteren Enums, die ich jemals wieder generieren werde, muss ich eben das Gleiche dann eben machen. Also habe ich einen neuen Datenbank-Typen konfiguriert, den auch eingetragen und dadurch konnte ich dann meine Fixers ausführen und meine Daten in die Datenbank eintragen. Allerdings ist mir dabei ein Fehler aufgefallen und zwar, ich habe die Namen der Spalten mit Uppercases benannt. Doctrine erwartet aber Unterstriche, weil er es dann aus den Unterstrichen eben die entfernt und dann alle Buchstaben, die nach dem Unterstrich kommen, in Uppercases schreibt und daraus dann die Eigenschaften generiert. Das heißt, ich muss dann an der nächsten Stelle eine Migration schreiben, die dann meine Spaltennamen ein wenig umbenennt. Dass ich dann aus Location X und Location Y eben Location-X und Location-Y hatte. Als ich dann meine Migration geschrieben habe und die dann ausführen wollte, bekam ich dann die Fehlermeldung, dass die Migration-Version-Tabelle nicht existiert. Und da habe ich mir gedacht, was ist jetzt los? Es stellte sich heraus, dass der Filter, den ich am Anfang eingebaut habe mit dem OT-Unterstrich, dass er natürlich auch dafür gewirkt hat und dadurch Doctrine dachte, die Tabelle existiert nicht, obwohl sie eigentlich da ist und hat versucht, die dann in der Migration wieder neu anzulegen. Also musste ich als nächstes dann in meinen Filter sagen, okay, ignoriere alle Tabellen, die mit OT beginnen oder eben die Doctrine-Migration-Version. Und jetzt konnte ich die Migration ausführen, konnte dann den Import-Befehl starten, hatte dann meine neuen Konfigurationen exportiert und hatte aber auch allerdings jetzt eine weitere YAML-Datei und zwar die Doctrine-Migration-Version-YAML. Aber das macht nichts, weil es ist nur eine einzige, eine nächste YAML-Datei. Die kann ich dann in gtgnore zum Beispiel ignorieren. So und jetzt, wo ich meine ORM-Datei habe, kann ich jetzt meine Fixtures ausführen und meine Daten in die Datenbank eintragen. Das Ganze habe ich natürlich nicht in meiner Live-Datenbank gemacht, sondern ich musste eine neue Env-Datei anlegen, wo ich dann meine Test-Datenbank definiert habe. Dann habe ich das Ganze in der Test-Datenbank erzeugt, alle Tabellen sowie die Fixtures dazu. Und jetzt konnte ich als nächstes einen PHP-Unit-Test schreiben, der von dem Test-Case ableitet, dann den Kernel bootet, mir den Container auslesen und meine Repository-Klasse, die ich vorher erzeugt habe, eben aus dem Service-Container laden, aber dann kam dann eine Fehlermeldung. Und zwar ist das so, dass die Connection oder der Entity-Manager, Entity-Repository-Interface, der konnte nicht direkt übergeben werden an mein Repository, was ich erzeugt habe. Das funktioniert im normalen Betrieb oder im Development-Betrieb, aber irgendwie nicht in der Test-Umgebung. Das heißt, ich musste diesen Service explizit definieren in einer eigenen Services-YAML-Datei, die nur für Tests gilt. Und das hat dann anschließend funktioniert. Und dann konnte ich dann meine Entities in die Datenbank eintragen. Ich konnte die dann auslesen und überprüfen, welche Werte die dann eben hatten. Und weil ich ja davor schon mein Interface definiert habe durch meine Use Cases, wusste ich jetzt ganz genau, welche Methoden ich wirklich brauche und wie ich die zu implementieren hatte. Ja, und das habe ich dann anschließend dann für alle meine Methoden ausgeführt. Und die komplette Liste mit den Tests, die findest du auch unten in der Videobeschreibung. Kannst du die mal anschauen. Ich denke mal, aber jetzt nach dieser Odyssee ist jetzt alles grundlegend konfiguriert, so dass, wenn ich ein weiteres Entity erstelle, dass ich dann einfach nur noch eine neue Migration erstelle, die dann exportiere, die Konfiguration dazu. Und dann wird das schon auf Anhieb funktionieren, weil jetzt ist schon quasi alles vordefiniert und die größte Arbeit habe ich jetzt quasi vorgeleistet. Und wie schon am Anfang erwähnt, es kann sein, dass ich in diesem ganzen Prozess irgendwas falsch gemacht habe. Streite ich nicht ab. Deswegen schreib es mir doch mal bitte in die Kommentare, was ich denn falsch gemacht habe und was ich hätte besser machen können. Vielleicht gab es da irgendwie eine andere Konfigurationseinstellung oder irgendwas anderes, wovon ich eben nichts weiß. Schreib es mir mal unten in die Kommentare. Ich freue mich darüber, die zu lesen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, die Odyssee hat dir gefallen. Und wir sehen uns dann nächste Woche bei einem weiteren Video, bei dem nächsten Fortschritt. Bis dahin. Tschüss.